Sexy Santa mit nasser Hose vor dem Weihnachtsmann Alle Jahre wieder hetzt Isabella in letzter Minute durch das Kaufhaus. Während sie Weihnachtsgeschenke aussucht, spürt sie leidend ihre volle Blase. Es wird immer dringender, bis sie es irgendwann nicht mehr aushält und sich vor den Augen von Sexy Santa, dem diesjährigen äußerst gut aussehenden Weihnachtsmann, in die Hose pinkelt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage